hallo liebe leute hier habe ich von Amazon eine trinkflasche zum testen bekommen was ist dabei es ist eine anleitung mit dabei mit bildern auch wie man das genau richtig benutzt und ja okay das braucht man zwar nicht so unbedingt aber ist in ordnung dass die anleitung mit dabei ist die trinkflasche selber sehr 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 gut verarbeitet also optimale verarbeitung also da kann man nichts negatives feststellen bei dieser trinkflasche ist ein 550mg pasta rein vorne ist es ein bisschen griffelte plastik damit das nicht weg rutscht und bessere halt hat und das schwarze hier oben ist komplett aus gummi also gummiert ist es dann also da rutscht überhaupt nichts mehr von der hand wenn man das öffnen will auch das ist sehr sehr gut dass in der hand ist da ist eine halterung mit dabei das kann man so nach hinten schieben und das kann man so auch mit der hand halten oder irgendwo hin mit einem haken da festmachen und hinten haben wir so einen knopf da drückt man drauf und das geht ganz ganz einfach auf ohne probleme also mit einer hand kann man das einfach öffnen also finde ich super gemacht wirklich sehr gut und hier oben ist sogar gummi innen drin das ist dann dicht ist es ist wirklich auch sehr sehr dicht also da kommt da nichts raus schon probiert alles und man kann auch diesen schalten knopf danach verschieben nach rechts dann ist es verschlossen kann man drücken so viel man will das geht nicht auf und dann einmal nach links schieben drückt man drauf dann geht es auch aber vorsicht das muss man schon dieser halterung komplett nach unten schieben weil sonst geht es nicht auf wenn es so ist dann geht es natürlich nicht auf das war mein fehler und deshalb runter damit und dann geht es auf also finde ich super das finde ich sehr sehr gut auch weil es mit einer hand zu öffnen ist wenn man zwei hände nicht frei hat also finde ich optimal super und innen drin hat es auch eine tee filter durch frucht filter damit man keine frucht oder teestückchen in den mund rein bekommt das kann man natürlich auch raus tun ohne probleme das kann man einfach so rausschrauben und dann ist es draußen dann braucht man das nicht also wer es nicht braucht dann kann es raus tun aber das stört auch nicht wenn es innen drin ist also wie gesagt ist der top produkt von mir gibt es da fünf sterne top verarbeitung und sehr leicht zu verdienen also richtig zum empfehlen